hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu wallheim so wir haben jetzt 17 silbererze gesammelt dann waren wir voll und mussten zurück haben das schon mal ein schiff reingelagert wir wollten uns jetzt einmal nach hause weil wir jetzt ich glaube 43 oder so obsidian haben genau und da wollen wir jetzt auch mal gucken was wir damit alles herstellen können wir können ja neue pfeile machen nur habe ich ja leider keine fehler hier herrottensamen die sammeln wir mal eben alle schön auf und die rüben sahen da werden wir gleich noch mal einpflanzen ein paar wir werden alle noch mal einpflanzen so rum nicht ein paar flug haben wir hier ja machen wir uns erstmal das mehr erstmal will ich paar teile herstellen da hat es gespeichert weil wir keine federn haben müssen wir uns eben darauf noch mal reduzieren ich muss erst mal ein bisschen platz machen sonst kann ich nicht herstellen so hier weg damit so außen fenster sogar perfekt wo hatten wir denn die fälle hingetan da das kommt da rein ich fühle mich ausgeruht wunderbar jetzt machen wir erstmal hier ein paar holz falle fertig dafür verballern wir auch das ganze holz weil wir werden sehr viel sehr viele brauchen wenn wieder dieser koloss da kommt ist ja echt unnormal so genau hier obsidian pfeile obsidian brauchen wir dafür und federn kriege ich viele federn herr scheiße das war jetzt der energie falls ihr es gehört habt so dann haben wir erst mal 180 das sollte erstmal eine kleine zeit ausreichen wir können ja jetzt erstmal weiter gucken ja so gift pfeile wo waren die gift pfeile dafür brauchen wir sogar auch obsidian und schlamm und leider auch federn und die sind echt starke halle gift pfeile würde ich sogar echt favorisieren aber wir brauchen weder und die sind so schön stark so allerdings wo ist denn das zeug hier ach nee das hier mit einem hammer jetzt muss ich selbst erstmal gucken die typ okay 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 ob herstellung oder das ist eisen wo ist denn das da haben wir das werkzeug regal werkbank verbesserung edelholz und viermal eisen haben wir noch zehn edelholz haben wir nicht nur aber das eisen haben wir gut dann sollten wir eigentlich nur noch edelholz holen und dann hätten wir das aber hier kurz würde ich hier na mal eben die paar steine da rein aber ein bisschen inventar leer damit wir auch einen besseren überblick haben die typ die falle kommt mal dahin dann haben wir folgen brauche ich nicht den flug nehmen wir auch gleich schon mal mit du kommst dort hin du kommst dahin so dann gibt das wenn wir in den flug mit hauen schon mal die ganzen dinger da gleich hin die ganzen samen so nummer acht karotte ja auch noch mal ok das war sogar schon und rübensaat wie viele rüben habe ich denn vier ja kommen wir alle für die saad rein komme ich wenigstens zwölf saaddinger so so es ist nacht das heißt wir werden uns mal kurz hinlegen haben legen wir uns mal eben eine runde hin feuer brennt das heißt schlafen zeit gute nacht meine liebe schlaf gut und träumt was süßes genau obsidian macht werkbank level ab genau wenn wir edelholz haben das müssen wir mal eben holen und die tür wieder zu machen ja unbedingt dran denken tür zu freuen was schönes emmy irgendwo hier eine birke empfinden ich glaube dann haben wir werkbank level sechs oder sieben eins von beiden gleich mal gucken und nehmen wir mal hier wenn das hier gerade so schön rumliegt wenn wir heute auch mal mit gefeile wenn wir schon mal hier sind wir können das ja auch mal eben hier mitnehmen und weg damit ist so birke wo bist du da ist an und wir haben hunger so deftiges frühstück ideal für einen wickinger baumfäe baumfäe na bleib hier so wie viel haben wir jetzt 9 jetzt noch eine dirke suchen nur wegen einem holz wieder wir haben immer so ein wortches der bürger 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 erreicht unsere ausdauer nicht um hinterher zu rennen und während des laufenden stadt er sagt er irgendwo sollte in den bürger umlaufen das stimmt irgendwo die laufen mir glaube ich hier extra entgegengesetzt wir sind auch immer so lieb zu den bürger was haben sie denn ist doch wir haben wir schon alle bürger im umkreis vergnietet es gibt es doch nicht hier lang irgendwo muss eine gottverdammte bürger sein da findet jetzt können wir endlich die werkbank hochlevel so jetzt können wir aber ich war ja glaube ich nichts mehr trennen astala wester kommt die trophäe müssen wir jetzt aber nicht mit städten davon haben wir so viele das reicht bei wir kommen das schleichen wir auch noch mal mit na dann bleibt er einfach stehen das gibt erwischt level 2 sogar macht er hinten und wir werden verfolgt wurden verfolgt wo ist denn der andere gestorben hier so die trophäe kann weg oh ja elf mal fleisch das ist echt gut das ist wirklich gut ha 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 danke dir german dann schlaft du auch gut und treu was schönes für das mit dabei warst ja meine lieben wir sind immer noch live auf twitch und wenn ihr von youtube auch gerne mal mit live auf twitch sein wollt dann guckt auch in der video beschreibung da ist mein twitch ding und wird mich natürlich freuen auch euch persönlich begrüßen zu dürfen so dann können wir jetzt ja loslegen hier warte mal zack was wird noch eisen jetzt haben wir ja hier hier vier mal eisen null problemo ja wo kann ich so an die wand hängen ja okay machen wir mal zack ach werkbank stufe 5 haben wir jetzt auch mal die ganzen sachen reparieren würde auch mal zeit mal so werkbank stufe 5 haben wir wunderbar ja wir haben leider keine feder ostfall feder ach schade wenn wir irgendwas hier noch produzieren mit obsidian ja es kann auch nicht also gerade ich dachte vielleicht rüstung oder waffen oder werkt oder irgendwie sowas der gleichen was haben wir hier ein tranken bett krass okay das sieht natürlich deutlich geil aus oha 15 eisennägel und so okay dafür dass es nur zum angucken ist ne ne hocker ja hier den rahmen drohen den müssen wir uns auf jeden fall noch machen definitiv so jetzt aber erstmal hier alles zwischenlager so ja dann brauchen wir irgendwie jetzt derzeit ich kenne ob sie die haben mehr was gut ja wenn sammeln wir erstmal keine muss erstmal gucken wo wir echt federn herbekommen ja hier aber diese nervigen feder hier weg damit das alles bleibt sonst ne ja komm machen wir uns noch ein paar feine fertig und wenn wir schon mal so einen kleinen vorrat so berg bank heute sei dann gehen wir wieder zurück und holen uns noch mehr silber wir werden echt jede menge silber brauchen in der zwischenzeit wie für heute habe ich noch 16 ok in der zwischenzeit könnte ich eigentlich noch mal hier können wir schon mal kohle herstellen damit wir dann wenn wir das hierbei her holen auch direkt loslegen können nicht noch auf die kohle warten können müssen aber alles ich würde sagen ja sehr schön auf geht's so da sind mit schweine will haben ich will die wildschweine haben mit den spielen ja mr nix und so erstmal kümmern wir uns um den hier so geht mir dann hinter teil weg damit das noch nix und noch so ein team ja komm hier genau er ist auch wunderbar also auf jeden fall muss ich dies im sammeln weil sonst haben wir bald echt kein postwiderstand mehr ich glaube die gab es auch echt nur mit dunkelwald ne so was können wir denn noch vertan posts euch jetzt erstmal einfach unten er sich einfach da herumliegen Ja, wir brauchen ja erstmal E-Feder und dann können wir schon fast 200 Obsidian-Pfeile machen. Deswegen Obsidian können wir erstmal komplett außen vor lassen. Vielleicht brauchen wir die auch für die Silberrüstung noch, aber das kann ich ja erst sehen, wenn wir von Silber eingeschmolzen haben. Das dauert ja noch ein klein bisschen. Erstmal will ich ja so 60, 90 Silber mindestens haben, bis ich dann damit nach Hause laufe, weil dann können wir schon mal drei Dinge vielleicht schon fertigen. Drei, vier vielleicht. Und wir haben, glaube ich, erst 17. So. Mal gucken hier. Oh nein. Schon wieder. Wir sind was. Wir kacken jetzt erstmal auf diese Ader, auf diese Silberader. Wir suchen uns eine neue, ohne dass ich hoffentlich runterrutsche. So, weg mit dir. So, und ein bisschen gestorben. Und dann nehmen wir das Ding mal mit. Oh. Moin. Kommt wieder an. Wir laufen jetzt erstmal. Wir laufen. Wir nehmen erstmal die Beine in die Hand und laufen. So, dann kommst du schon mal hier mit rein. Wir werden nicht ständig hier diese Dinger haben, wenn ich hier Silber sammle. Deswegen suchen wir uns jetzt mal einen neuen Ort. Ah, keine Ausdauer. Okay. Hö. Wo dran bist du denn jetzt gerade gestorben? Alter, Schwäche. Wir werden mal eben hier fuddern. So. Nummer 8. Ich spüre versteckte Objekte. Oh, hier direkt. Was? Okay. So lange jetzt hier nicht so ein Wächter kommt, habe ich ja nichts gegen. Aber hier ist noch eine Schatztruhe. Was haben wir hier? Oh. Ja. Oh, oh. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Was kann weg? Komm, davon haben wir so viele. Weg damit. Steine weg. Hat das so ein Giftfall, was ich benutzt habe? Den behalte ich jetzt. Ja, komm, die drei können wir jetzt auch benutzen. Fit happens. Echt. Das ist jetzt, äh. Ha. Ob wir jetzt diese drei haben oder, äh, peng. So. Gut. Dann haben wir erst mal ein bisschen Platz. Komm, Bernstein, nehmen wir erst mal mit. So. Hier soll das sein. Okay. Bin ich mal gespannt. Okay, besitze ich hin und nichts irgendwie. Noch tiefer. Ach hier, Silberader. Geht doch. So, dann mal eben hier Steine weg. Ah, vielleicht werfe ich das Obsidian auch weg. Mal gucken. Hauptsache, wir bekommen unser Silber. Mal das hier jetzt mal so. Mal auf Stein. Ah, ja, eins haben wir übrigens schon mal. Sehr schön. Könnt ihr was zu essen? Vertragen. Dann essen wir doch nochmal so eine leckere Burscht. Wird noch das passende Bierchen dazu? Senf. Hä. So. Bis jetzt sind wir nur zwei. Also, da war es beim anderen echt angenehmer. Oh, krass. Okay. Auro. Oh, ja, jetzt hier, jetzt, jetzt, jetzt kommt was. Okay. Und noch mal. Sechs. Sehr schön. Und dann, da wir jetzt, warte mal, bevor ich es vergesse. Zip. Aber hier. Silber. Einmal. Und dann werden wir das ja mal anziehen. Wünsche Rote brauchen wir nicht. Wir haben jetzt ja. Damit wir noch mehr tragen können, natürlich. Oh, ja, hier ist ja noch viel, viel mehr. Ich freue mich schon. Am liebsten würde ich schon sofort damit loslaufen, ne? Also, zurück segeln. Einschmelzen und gucken, was kann ich alles herstellen? Und wie teuer ist das? Ich glaube, die Silberrüstung ist ja auch die komplett letzte Rüstung. Ah, 13 kann ich noch mitnehmen. Oh, ja, hier, Steine werfen wir, wer finden wir gleich weg. Dann können wir noch deutlich mehr mitnehmen. Komm, sagen wir gut 60 oder so, ne? Ah, I don't know. Will unbedingt, äh, einschmelzen. Da hat man irgendwie kaum geduldet, ne? Man will halt sehen, so, was ist das jetzt? So, wie schaut's aus? Okay. Dann können wir schon mal weg. Und hier ist kein Koloss, der uns hier ständig nervt. Das ist schon mal sehr schön. Ja, hier auch noch. Geht bestimmt noch weiter und bestimmt auch noch tiefer. Oh, ja, da ist auch wieder so ein Stück. Ah, lassen wir erst mal wissen hier Ausdauer tanken. Ich glaube, bevor ich mir hier Werkzeug oder Waffen in Silber mache, werde ich, glaube ich, echt zuerst die Rüstung machen. Aus dem einfachen Grund, so, ne? Hier, der Koloss zieht ja ganz schön viel ab. Und wenn die deutlich mehr, äh, Schutz hat, dann auf jeden Fall. Dann muss das sein. Oh, hier, wir sind voll. Jo. Damit wären wir jetzt so weit, ne? Da sind 12. Ja, dann können wir nur ein, komm. Egal, hier haben wir ein sehr schönes Silberlager. Gefällt mir auf jeden Fall. Komm, dann können wir jetzt auch wieder zurück. Ah, wir hätten jetzt dann über 40. Ja, komm, wir segeln jetzt nach Hause. Komm, ich will es einschmerzen. Ich will sehen, was da los ist. I won it. Oh. Hallo, Wappi. Was war das gerade für ein... Oh. Ich frage mich, was war das denn gerade für ein Geräusch? Hat sich gerade geklärt, da ist aber noch ein Wolf. Oh, so. Komm mal her. Na, komm. Danke. So, weiter geht's nach unten. Oh, ja, hier, perfekt. Ach, das war doch mal ein perfektes Timing. Sehr schön. Komm, glaube ich, mal im Hirn, damit ich jetzt gleich... Nicht erfriere. Müssen wir doch mal langsam aufhören. Ja, jetzt hat's aufgehört, sehr schön. Ja, genau. Und dann ertrink ich noch. Wenn ich nicht erfriere, dann ertrink ich. So. Mal gucken, da hinten war doch so ein Bienennest. Irgendwo. Irgendwo hier. Da war doch so ein Häuschen mit einem Bienennest. Das waren wir, glaube ich, auch nochmal kaputt. Und so gucken, ob wir da eine Königin rausbekommen. Wäre geil, wenn wir noch so einen Bienennestock machen könnten. Das wäre wirklich geil. Ich weiß. Mir ist kalt. Und ich friere. Und ich hab Hunger. Und dies und das und jenes. Und ich trinke jetzt einen Schluck Energy. So. Ja, es ist aber ein bisschen dunkel hier, ne? Komm. Trotzfatz nach Hause. Wenn die Ausdauer das mal zu... Mir ist kalt. Ich bin nass. Das ist nervig damit der Ausdauer. Oh ja, ähm, da wir laufen... Oh, oh. So, springen wir jetzt einfach mal hoch, oder? Oh ja, geht ja nicht so einfach. Ne, und da kommen jetzt auch noch andere Viecher. Really? So, Ausdauer ist schneller. Komm, 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 komm. Da. Noch jemand? Oh ja, da ist der nächste. Mein Name, wo? Noch einmal. So. Gott, jetzt. Wart mal. Da ist unser... Okay. Na gut, dann egal. Das ist echt gerade zu nervig hier mit Ausdauer. Wir porten uns jetzt gleich nach Hause. Oder wollen wir direkt... Ah, I don't know. I don't know. Hier wollen wir direkt hin segeln. Können ja eigentlich segeln, oder? Können wir das Feuer noch? Sonst könnten wir eigentlich vorher schlafen. Heute habe ich auch ne, ja komm, wir segeln los. What happens? Wir wollen segeln. Irgendwo hier war die Leiter. Ja, perfektes Teiling. Dann, warte, wir machen mal eben hier dicht an. So, schon ein bisschen angenehmer. Und jetzt müssen wir hier hin. Oh, nee, da hin. Einmal hier so. So, hier, komm. Siege los. Weiß was, wir machen das jetzt anders. Tee! So. Na, komm. Ah. Er hat sich die Maus eben abgemeldet. Hm, okay. Nee, der ist immer noch zu... Komm. Einfach drehen. Jetzt kommt der da nicht raus, oder? Was? Ja, jetzt haben wir Gegengewind. Schade. Ah, komm, komm, komm. Bisschen noch. Weiter, weiter. Na. Wenn ich hier vorne drehe, dann will ich einfach, dass er sich dreht und nicht das ganze Schiff da in eins so. Was denn los? Genau, jetzt fängt es noch an zu regnen. Warum nicht? Raus da. So, klappt das jetzt? Na, jetzt muss ich paddeln. Jetzt haben wir Gegenwind. Scheiße. So, endlich. Jetzt kommen wir endlich mal hier vom Platz weg. Wir müssen jetzt hier nur ein bisschen vorsichtig sein, aber sonst sollte es gut funktionieren. Ich bin wirklich gespannt, wie viel Silber wir jetzt gleich für die Sachen brauchen und was für Rezepte gleich alles so rauskommt. Wenn wir sogar noch in der Nacht ankommen sollten, was echt perfekt wäre, hauen wir die ganzen Silbererze da rein, also in die Schmiede, gehen schlafen und dann ist alles fertig, wenn wir ein paar Sekunden später wach werden. Das wäre natürlich echt perfekt. Und ich hätte absolut nichts dagegen. Gut, die Fahrt hier geht ja, ne? Ist jetzt keine Weltreise, so wie vorhin, ihr vor ein paar Folgen, so, wo wir ganz hier hin und her fahren mussten. Sehr schön. Aber meine Lieben, das war es auch mit der Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und einen Kommentar da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut! Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Tschüss. Dieать- Tatalt oder T memb kissab lah. Tschüss. Sch der Lassen von Tش. Mal knives. Tschüss Damen und Oppen mamy. Pullen妥. Schlauze free Gänge Sy Rocket. Schlaf. Ja.